Und hiermit herzlich willkommen zu einer neuen, bad-tastischen Folge hier in Batman Arkham Knight. Mit mir, Gaming-Tayo. In der letzten Folge haben wir Two-Face hinter Gitter gebracht. Und die Frage ist jetzt, wie machen wir weiter? Hier seht ihr schon, 100% abgeschlossen. Und das Naheste, was wir jetzt machen könnten, wäre dieses langweilige Bomben-Ausschalten, was eigentlich niemand sehen will. Deshalb würde ich mal sagen, verfolgen wir den Riddler mal weiter. Ich meine, er heult ja in jeder zweiten Folge so rum, so, wieso kommst du nicht? Der Riddler unter Chinatown errichtet hat. Es wird mich nicht aufhalten. Hier ist er. Ich sehe ganz genau, sie sind in Wirklichkeit korrupt. Komm, sie sind korrupt. Sagen sie es mir ins Gesicht. Hey, Batman, wie geht's? Er ist in Wirklichkeit korrupt. Ich sehe es an seiner Farbe. An seiner... Farbe, genau. Aber um die korrupten Cops kümmern wir uns jetzt später. Als erstes steigen wir in unseren Baba-Wagen ein und verfolgen Imigma nach Chinatown. Wenn wir hier fertig sind, wird nichts von dieser steckenden Stadt übrig bleiben. Er ist an uns dran. Ich kann ihn nicht denken. Warte, dort ist er. Der Informant, dort ist er. Der Informant. Alle Mann, auf ihn! Oh, deine Mutter. Ah, was war das? Glitsch. Reden wir über den Riddler. Genau. Und über deinen Kollegen. G-Tay, den korrupten Cop. Ich zieh mich zurück. Hört meine Hand auf den Griff. Ja, ey. Die armen Typen, wie der Cop einfach gerade über die drüber gefahren ist. Ich werde schon noch das Geheimnis von G-Tay herausfinden. Mit oder ohne eurer Hilfe. Genau das habe ich gemeint. Der heult in jeder Folge so drum so. Also, auf geht's. So, so, dunkler Ritter. Lust auf mehr? Ja. Erniedrig, nicht wahr? Nicht wahr? Die Gelegenheit, meine Großartigkeit zu sehen. Die aufkommende Erkenntnis, wie wahrlich unbedeutend. Wie wenig beachtenswert du wirklich bist. Ich bin. Diese Tests sind meine Meisterwerke, Detektiv. Sobald du geschlagen bist, werden sie Denkmäler für mein Genie sein. Und Mahnmale für deine Dummheit. Horden von Schulkindern werden in die Aufzüge stürzen. Begierig darauf, den Ort zu sehen, an dem der dunkle Ritter geschlagen wurde. Sie werden es natürlich nicht verstehen, aber sie werden kommen. Aber sie werden kommen. Jetzt, wo ich so nachdenke, wir haben ja jetzt so, vielleicht sind wir so hunderte Meter unter der Erde, weil es so lange gedauert hat. Vielleicht, und Gotham City ist ja laut Kanon, ist das in Amerika. Das heißt, rein theoretisch dachte sich der Rittler vielleicht so, ey, das hier ist ein Aufzug durch den Erdkern der Welt durch. Und deshalb, weil am anderen Ende der Welt China rauskommt, dachte er sich, ey, ich nenne diesen Stadtteil Chinatown, weil dort der Tunnel ist, der nach China führt. Die Kinder werden es nicht verstehen, aber ich, Taiyo Gaming, habe das Geheimnis gelüftet. Das ist ein eleganter Test, bei dem selbst du das Prinzip solltest eratmen können. Du musst diese Fläche mit Strom versorgen, Detektiv, 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 Detektiv. Der Detektiv, der Detektiv, der Detektiv, der Detektiv. Okay, ich höre auf zu singen. Fingerspitzengefühl? Okay, was macht das? Okay. Okay. Wow. Das hier ausgüßt. 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 es diese einkerbung und hier das ist so der fischkopf weil das ist so ein fisch ist versteht ihr dort ist die einkerbung das ist der kopf und das würde dann bedeuten dass hoffentlich hast du recht batman kopf noch dran schön als krause noch dran nicht so schön herzlichen glückwunsch du hast den winzigen siegerungen nicht zu tun zu sein wie du aussiehst so sollst du aussiehst nun catwood feiere dein überleben indem du batman über die neuesten entwicklungen im waisenhaus unterrichtet im waisenhaus unterrichtet nein mach du los jetzt da ist eine große mysteriöse grüne tür ja ok können wir jetzt machen ich weiß gar nicht ob das schon hier im spiel erwähnt wurde aber der riddler war ja auch ein waisen kennt und der war ja auch hier im waisenhaus das ist sein zu hause eigentlich lebt ich hoffe du fängst an die tragweite der vor dir liegenden aufgaben zu begreifen die schiere gewaltigkeit meiner neuen herausforderung ähm vielleicht vielleicht hältst du dich für schlau erfüllten dich diese früheren siege vielleicht mit hoffnung nun dann reite doch auf dieser welle der eitelkeit bis ganz zurück zum weisenhaus ja also wie schon gesagt ich glaube einfach der riddler legt batman jetzt zu ihm nach hause ein das ist batman ist jetzt eigentlich gleich sein gast mäßig nein 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 das war ein informant das war ein informant ich habe den falschen knopf gedrückt hat das Warte jetzt so auf nebenbei könnte man ja was das weil ich dachte wir machen wieder so einen Turm wisst ihr was ich meine dein Gesicht bei seinem Anblick wer hätte das gedacht der große böse Batman hat Angst vor seinem Spiegelbild ja okay das hat mich auch ein bisschen kurz erschreckt gebe ich offen zu entdeckt entdeckt so wer zündet denn eine Feuerwache an? keine Ahnung wahrscheinlich jemand mit Humor dort ist ein Informant sag mir jetzt was du über G-T-Officer G-T weißt okay das ist der Turm warte wird der von irgendwas bewacht ja okay das war ja jetzt einfach also da habe ich wirklich ein bisschen mehr erwartet sag ich euch ganz ganz ehrlich wenn ich mich auf diesen Werbetaf inzwischen Riddle und Scarecrow entscheiden muss nehme ich den Stromausfall Bereich sichern kümmer dich nicht um die Aufständischen die lassen uns in Ruhe was macht dich da so sehr die Stadt ist in der Hand der Gangs Scarecrow steht ganz oben in der Hackordnung und keiner dieser Penner wird sich mit seinen Leuten anlegen wollen und keiner dieser Penner wird sich mit seinen Leuten anlegen wollen ich muss die Gegend sichern ja was ach so der Cloudburst lässt sich nicht mit Riesen und Kraut stoppen niemals auch wenn es unbesiegbar ist Batman jetzt bleibt er hier stehen da kein Bock mehr okay da kein Bock mehr er bleibt an dieser dummen Kante stehen und man kann den Dings nicht aktivieren mit der Gewissheit dass sie alle leiden werden allesamt ey jetzt habe ich schon wieder da kein Bock wirklich das ist doch immer nur so lächerlich kommt kommt sterbt alle sterbt alle kommt sterbt alle wirklich sterbt einfach sterbt da kein Bock mehr wirklich Informant da ist ein Informant da ist ein Informant mit dem Penner habe ich noch eine Rechnung offen den schicke ich in einem Leichensack zurück nach Bloodhaven was willst du denn machen was willst du denn machen ich will dich nur verhören Digga komm ich will dich nur verhören Digga komm 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 jetzt wieder Digga ich bin jetzt nicht angepisst also ich würde dir empfehlen ich sag dir alles was ich weiß muss reichen ganz genau es muss reichen ich ich halte dich aktiv deine bieze wird unbedingt sehen was hinter der Tür ist die ich im Weichhaus geöffnet habe sie schleicht herum kratzt an den Holzverkleidungen und Maunstnerntönen ich lass es hier rein bevor du einträgst das war jetzt hier oben gell wartet ja das war jetzt hier oben ich se HALT AUF HALT AUF ah das ist die Feuerwache das sind die Jungs von der Feuerwache ah jetzt verstehe ich das okay die haben Waffen okay das ein Typ hat eine Waffe das so okay dann müssen wir gut und ja gut und ja so endlich wirklich das tut gut das tut gut ich hab ich hab sogar gedrückt digga die 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 Geht's dir gut, Junge? Geht's dir gut? Leider. Leider. Ey, bist du befreundet mit G-Tay? Mit Officer G-Tay? Hoffen wir mal nicht. Hoffen wir mal nicht. Ist das hier eine Bank? Hast du das gesehen? Man hat seine Karre echt aufgemotzt, Mann. Sooo. Ey. Sooo. Batman hat eine Kanone aus dem Schlitten, der macht uns die Hölle heiß. Meine Leute gehen niemals auf. Blut geleckt. Dein Blut. Sooo, wir machen dir jetzt mit dem Rätsel von... Vom Riddler weiter, weil wir tatsächlich... Was ist das? Ja, das ist das, das passiert im Laufe der Story an sich. Ja, das mit den Leichen haben wir echt noch lange nicht gemacht. Aber wir... Keiner sitzt immer noch im Waisenhaus fest. Negan hat sich bestimmt was für uns ausgedacht. Sollen wir uns die ganze Nacht lang von Scarecrow belehren lassen? Boah. Wenn man viel Schwung nimmt, kann man echt schnell werden. Hast du von einem Kerl gehört, der mit Scarecrow arbeitet? Ist wohl neidisch auf Batman. Also, ich weiß noch, am Anfang des Let's Plays gab's hier dieses Rätsel. Jetzt kann ich's endlich machen, weil ich das Batmobile hier hinbringen kann. Ich hab gehört, Batman ist nicht mehr derselbe, seit der Joker tot ist. Elektromotor. Ich würd mal sagen, wir bleiben hier oben und dann benutzen wir die Fernsteuerung. Da kann man den einfach so kaputt machen. Ich glaub mir, dass die Banken besser sind. Kann man den Elektromotor hacken? Albi und die Fledermaus arbeiten zusammen wie die besten Freunde. Wie lange das wohl hält? So, eigentlich müsste man hier der Kugel einen Anstoß geben. Dann würde sie hier runterrollen. Und dann müsste man sie hier runterbringen. Ja, aber... Von einem elektromagnetischen Feld umgebener Elektromotor. So, aber wie können wir den jetzt... Batmobile. Batmobile. Hier ist auch noch mal ein Elektromotor. Hm. Batmobile. 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 75 1080p Kann man das Explosivgel benutzen? Nein. Ne. ients. gegen Smog Jetzt will ich herausfinden, was das hier macht. Am Ende ist es so etwas richtig leichtes und ich war einfach nur viel zu dumm um das herauszufinden. Nein, das muss man nicht benutzen. Batrang? Jetzt habe ich glaube ich eine Idee gefunden. Ok, nein, aber... Elektro... Ok, hm... Ich weiß, das hier ist gerade richtig langweilig und manche werden jetzt so sagen, so ey, wieso hast du das nicht von Anfang an so gemacht und so und keine Ahnung. Ich habe in meiner Verwaltung versucht noch Masken zu jagen. Ich muss noch meine Hypotheken bezahlen. Wartet, wartet, wartet! Nein, ah... Ich habe gerade etwas bemerkt. Es muss genau... Ich habe mich nicht aufgenommen. Ich habe mich nicht aufgenommen. Ich glaube, das kann man ja später irgendwie machen, weil ich weiß halt noch nicht, was man mit den Elektromotoren machen muss. Das Letzte, was ich vielleicht noch machen könnte, ist nachschauen. So hier beim Batmobil, ob es dort was gibt, was das machen könnte. Hier. Okay. Ja, keine Ahnung, keine Ahnung. Müssen wir wann anders machen. Aber auf jeden Fall nicht in dieser Folge, denn wie wir dieses Rätsel lösen und was sich hinter dieser Tür verbirgt, bzw. hinter der nächsten Grüntür, das werdet ihr erst leider in der nächsten Folge sehen. Falls euch das Video gefallen hat, lasst doch ein Like und ein Abo da. Ich würde mich über eine Bewertung freuen... ...angelegt zu haben, die ist drachsüchtiger als die Fledermaus. Und bis zum nächsten Mal. Tschau! Tschau! Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020